Ich muss ja eben zeigen, wer der Boss ist. Ja, was wirst du jetzt machen, hä? Das blaue Befehl hat ein altem Erhaltnis. Ey, cool. Ja, Mann. Musst du wirklich schnell weiter mit dem Eis nicht fahren? Jetzt hab ich's endlich auch. Jetzt gehörst du endlich zu den Kohl. Jetzt hab ich so'n Hammer auch im Kopf, das ist cool. So, die Lasten einzeln dort, hä? Ich muss hier an der Linie. Mach's hier unten. Nein. Ja. 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 Ich hab ihn ja schon. eines für mich ist das schon der film ist jetzt bist du sechs bin immer noch fünf ja ich brauche meinen lakain hier oder schweißer guck mir vor du hast vor diesem mini steht ruhig sicher vor diesem level steht wo ich dir einfach zurück Ich bin froh, ich bin nämlich der nächste Oh, wof, wir schauen jetzt schon Ja, was reicht es? Wer bekommt das? Ja, ok Oh Oh, ich hab aus Versehen draufgezogen. Mit R hol ich dich zurück. Warte, kann man nicht die Kopfhörer sehen? Siehst du an meinen Ohren die ganze Zeit? Ich kann Stein... Oh Gott. Ich kann die Steinhöhle. Ich kann die Steinhöhle. Da ist alles schlecht. Josi!!!! Okay... Okay... Hau drauf, hau alles drauf und weg! Hier war eingesperrt! Hau alles drauf! Hau alles drauf! Hau drauf! Oh! Fuck! Renn! Renn nach oben! 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 nein jetzt wird drauf wenn du spät hier muss am anfang viel zu viel von ihm futtern lassen und jetzt pass mal auf und erst mal mit dem buchten ich habe ein herz verloren wie viel hast du ja ich bin auch nachkämpfer ist schwieriger aber mehr gegner besiegt diesmal ich bin eine last für dich das stempel wird sich die bombe weg die weg die weg die weg Und dann sind die Nix. Stop, oh hier ist Nix. Ja, was bin ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das blaue Befehl hat ein... Das blaue Befehl hat ein Item erhalten. Du bist so behindert, ne? Ich bin in beide reingerannt. Ja, weil du behindert bist. Jetzt ist das voll schwierig hier, ey. Ja, genau. Ich lass dich sterben einfach, ist mir scheißegal. Ja, jetzt ist es richtig schwer. Ja, ich hab auch Cominion. Ich hab ein Level, ich will immer noch die Luft rein. Ah, es hat mich gefuttert. Lassen wir beide das Fies aufstehen? Meine Minion hält mir. Ich kann hier noch rumlaufen. Ah, ich kann das aufladen. Ich bin schon Level 7. Kannst du, kannst du haben ey. Oh, ich kann das auch laden. Ich hab den Keks immer auf. Oh. Das glaube ich nicht, ist raus. Scheiß, Mann. Scheiß, Mann. Oh, nein. Okay, jetzt kriegst du ein paar. Okay. Ja, komm doch, ich nehme dich mit. Okay. 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 Geh! Ja, 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 ja. Der eine Bombe hat die anderen Bomben aktiviert. Aber okay. Jetzt, jetzt, jetzt! Nee! Hau drauf! Geh weg, er! Blink doch, wenn es... Blink doch, wenn es... Blink doch, blink doch, blink doch, blink doch. Geht! Ich bin jetzt mal was. Ja, ich bin jetzt mal was. Der ist schon rissig. Jetzt. Der ist fast gesägt. Der hält mich hier im Schach, ich kann nix machen. Jetzt einfach nur draufhauen. Komm, der ist fast dran. Geh wecker. Ich hab ne Glühbebe. Ja, jetzt haben wir die zweite Level geschafft. Die Münzen hier noch einsammeln. Wollen wir das im Spiel dazu kaufen? Ne, die Spiele sind schon freigeschaltet, aber die Münzen, da kann man so Sachen freischalten. Ja. Oho. Ich find besser. Ja. Oho. Ja. Nimm mal ein anderes Spiel jetzt. Ja. 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 Ja.